Hallo Freunde, hier mit dem Video will ich euch einige Informationen zukommen lassen, die sehr wichtig sind, einige grundlegende Sachen. Es geht hauptsächlich erstmal um diese stressige Zeit. Wir wissen nicht wirklich, was es auf sich hat, wir wissen nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben sehr, sehr viele Theorien, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Beispiele. Alle könnten sein, könnten aber auch nicht sein, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht wirklich, was auf uns zukommt, was wir jetzt machen können, ist nur uns so stark wie möglich und so ruhig wie möglich zu verhalten und uns so gut wie möglich anzupassen. Das allerwichtigste ist erstmal die Kontrolle nicht zu verlieren. Die Leute machen Panik. In der Panik oder in der Angst können wir nie unser Potenzial ausschöpfen. Wir sind wie wenn wir von außen kontrolliert sind und wir sind hysterisch. Wir sehen nicht mehr wirklich. Es ist genauso wie wenn man Wasser auffühlt, kann man nicht in die Tiefe gucken. Wenn das Wasser dann entspannt, ruhig ist, dann kann man auch wirklich in die Tiefe gucken. Und das gleiche ist mit dem Geist. Wenn der Geist aufgewühlt ist und wir sind sehr im Stress, können wir uns nicht wirklich anpassen. Wir können nicht wirklich gute Schritte gehen, weil wir nur noch aus Impuls ausreagieren. Und gerade in einer stressigen Situation ist es umso wichtiger, ruhig zu bleiben und entspannt und gelassen zu sein, zu vertrauen und wirklich dann zielgerichtet Step by Step nach vorne zu gehen. Weit in die Zukunft zu blicken ist jetzt nicht richtig. Was wir machen können ist, es gibt viele Fälle, die negativ sind und im Allgemeinen, es geht um uns, um uns selbst, um unser Immunsystem. Und das ist auch das Thema hier. Es geht hauptsächlich um die Atmung. Was man kurz wissen muss, wir sind mit dem ersten Atemzug, werden wir geboren. Unser letzter Atemzug ist unser sogenannter physischer Tod. Und wir können ohne Essen zwei Monate auskommen, wenn wir Wasser trinken. Ohne Wasser können wir nur zwei bis drei Tage aushalten. Das ist die subtilere Form. Die subtilste Form der Nahrung ist die Luft. Ohne Luft können wir nur zwei bis drei Minuten auskommen. Ein Mensch atmet ungefähr 18.000 Mal pro Tag, vielleicht ein bisschen mehr, mal weniger, ist individuell. Und dazu will ich einige Sachen sagen. Was sehr, sehr wichtig ist, atmet hauptsächlich durch die Nase. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn man einfach draußen ist, aber auch beim Schlafen, dass man hauptsächlich durch die Nase atmet. Die Nase hat so viele Funktionen. Es gibt drei, vier Bücher nur über die Nase, was für eine Funktion es hat. Also wir haben, ich sag mal, Gott hat uns die Nase gegeben, die zum Atmen da ist. Nur zum Essen und zum Sprechen sollen wir den Mund benutzen. Der Mund ist verbunden mit der Brust. Mundatmung ist auch gleichzeitig stressige Atmung. Die Mundatmung hat kein Filter, reinigt die Luft nicht, erwärmt die Luft nicht und ist direkt mit unserem Brust in der Brust verbunden. Das heißt, wir sind automatisch auch gleichzeitig so verbunden, dass wir unser sympathisches Nervensystem, das heißt den Stress aktivieren. Die Nase hat den direkten Zugang zum Zwerchfell. Zwerchfellatmung aktiviert automatisch unser parasympathisches Nervensystem. Das ist das Entspannungssystem. Gleichzeitig hat die Nase, die in der Nasenschleimhaut und so viele Funktionen, die wirbelt die Luft, wärmt die Luft, reinigt die Luft, 80% der Viren und Bakterien sterben schon allein in der Nase ab, wenn man nur durch die Nase atmet. Wenn wir durch den Mund atmen, ist diese Funktion gar nicht mehr da. Die andere Sache ist, wenn wir durch die Nase atmen, produziert das, es produziert in den Nasennebenölen Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist dafür da, dass die Blutgefäße sich erweitern, dass das Gewebe und die Muskeln von dem Sauerstoff den Zugang bekommen. Gleichzeitig wird da viel gereinigt und gleichzeitig werden Viren und Bakterien auch abgetötet. Es ist eine Funktion, es gibt viele wissenschaftliche Beweise dafür und all das hat die Mundatmung nicht. Das Einzige, diese Maske und alles Mögliche, was ihr da seht, das ist nicht wirklich hilfreich. Ich beschäftige mich sehr, sehr viele Jahre damit, mit der Atmung und ich kann euch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir durch die Nase atmen müssen. Gleichzeitig hat es auch den Vorteil, dass wenn wir durch die Nase atmen, wie gesagt, wir unsere Ruhe aktivieren. Und wir atmen in das sogenannte, was die Japaner Haare nennen, hier unten in den Zwerchfell. Das ist unser Punkt, wo wir auch eigentlich mit der Mutter verbunden sind. Unser Leben beginnt auch hier, nicht im Herz oder nicht im Kopf. All unsere Emotionen sind hier unten gespeichert. Wenn wir durch die Nase atmen, automatisch entspannen wir diesen Bereich. Unser Körper löst automatisch positive Stoffe aus. Unser Immunsystem wird gestärkt. Das ist tausendfach bewiesen. Gleichzeitig die Luft wird gefiltert, gereinigt, gewärmt und ihr aktiviert euer parasympathisches Nervensystem. All dies ist sehr wichtig heutzutage. Erstens für das Immunsystem, zweitens für Gelassenheit, drittens gerade in stressigen Situationen, wo es gerade abgeht. Einfach mal versuchen, ruhig zu sein und dann wirklich die richtigen Schritte zu gehen. Es ist sehr wichtig, dass wir genau, wie ich diesen Satz schon oft gesagt habe, die Ruhe in der Ruhe ist nicht wirkliche Ruhe. Nur die Ruhe im Stress ist wirkliche Ruhe. Und gerade im Stress sollten wir ruhig sein, um wirklich besser zielen zu können. Wir müssen gucken, was wir tun können und nicht impulsiv reagieren. Die Menschen sind in Panik. Wenn sie in Panik sind, ziehen sie noch mehr Ärger an, noch mehr Ängste an. Die machen sich noch mehr Sorgen. Sorgen sind eine Form der negativen Gedanken, die auf unseren Körper sehr negativen Einfluss hat. Das heißt, euer Körper automatisch wird viel leichter auch angefallen. Wenn ihr den ganzen Medien ständig hinterherjagt und Millionen Informationen bekommt, ihr wisst nicht wirklich, was Tatsache ist und mit den ganzen Sorgen euch so verrückt macht, bleibt nur eine Sache. Irgendwann mal seid ihr genau wie im Placebo-Effekt, seid ihr genau da, wo ihr eigentlich nicht hinwolltet. Sogar in der Bibel sagt man, das, wovor du Angst hast, wird eintreten. Und in ganz alten Schriften genauso. Das ist meine Message an euch, dass ihr wirklich automatisch irgendwann mal durch die Nase atmet, auch ohne dann bewusst zu sein. Am Anfang muss man es bewusst durchführen, bis es im Unterbewusstsein gespeichert ist. Es dauert eine Zeit, es ist individuell verschieden. Aber diese Vorteile sind extrem. Die Vorteile sind, es gibt noch viel mehr Vorteile von Schmerz, von ganz, ganz vielen Sachen, wie gesagt, sogar Knochen, Sehnen, Muskeln, Gedanken, was auch immer, hat alles mit der Atmung direkten Kontakt. Wenn viele sich wirklich damit beschäftigen, ihr wisst, beim Angst, bei der Angstatmung machen wir, beim Weinen und beim Wütendsein, das heißt, alle Emotionen sind in der Atmung verbunden. Und unsere Emotionen kreieren unsere Realität und manifestieren sich in der Realität. Wenn wir negativ denken und fühlen, ziehen wir Negatives an. Wenn wir positiv fühlen können, positiv denken können, wir können durch unsere Atmung da Einfluss nehmen, weil viele versuchen sowas beizubringen, dass man einfach positiv denkt, das geht, ganz schwierig. Mit der Atmung haben wir einen direkten Zugang dahin. Und glaubt mir, ich mache das sehr, sehr viele Jahre. Ich bin 30 Jahre damit beschäftigt, weltweit, und ich habe sehr viel gesehen, sehr viele Feedbacks mitbekommen, vom Negativen bis sehr Positiven, wie es nicht gemacht wird und wie es gemacht wird, was ihr mir glauben könnt und was ihr für euch selber umsetzen könnt. Achtet wirklich mal auf eure Atmung durch die Nase. So seid ihr auf jeden Fall mal 80, 90 Prozent schon im Ansatz geschützt. Und es ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, diese anderen Vorteile mit der Gelassenheit, mit dem System, mit dem Nervensystem, all diese Nebenwirkungen werdet ihr auch merken. Was wirklich passiert, wissen wir nicht. Wir hoffen das Gute, aber bleibt positiv, verbreitet positive Energie, verbreitet gute Kraft. Und keine Panik, denn mit Panik, wenn es helfen würde, panisch zu sein, würde ich auch Panik machen. Aber es hilft nicht. Lieber cool bleiben, ruhig bleiben, stark bleiben und im richtigen Moment dann handeln. Und das hier ist alles verbunden, sind die Kettenreaktion. Achtet auf euch selbst, atmet durch die Nase, seid bewusst, seid cool, seid stark. Auch wenn es nicht so einfach ist, aber es ist das Beste, was wir machen können. Ich wünsche jedem von uns alles Beste, dass wir gut durch die Zeit kommen. Und wir schaffen das. Und wir machen das.